Jetzt zweitletzter Akt, glaube ich, nachher kommt nochmal ein ganz kurzer Action. Jetzt kommen wir endlich zu der armen Sau, die muss jetzt lange warten. Die arme Sau, Horrorszenario, Gentechnik, Machenschaften im Jetzt, nicht morgen, nicht das, was man verdächtigen könnte, sondern das, was jetzt bemessbar geschieht. Ich mache mal einen Vergleich. Was würdest du sagen, wenn ich oder irgendeiner, nehme ich mich mal, ich würde jetzt eine unsichtbare Farbe patentieren lassen, eine Farbe, die nur ich das Patent drauf habe, und ich würde dann, ohne dass du das weißt, ich würde dann mit meinem Patent, wenn ich diese unsichtbare Farbe habe, die aber nur ich sichtbar machen kann, würde ich in der Nacht, wenn du schläfst, durch deinen Garten gehen, deine Türe damit bestreichen, überall den Boden bestreichen, vielleicht in der Straßenbahn, den Pfosten, den du hältst, und überall würde ich Farbe hinstreichen, und dann, wenn du aufstehst am Morgen und fröhlich ins Geschäft gehst, und alles, was du berührt hast, komme ich nachher mit meinem Gerät und mache die Farbe sichtbar und sage, weil du meine Farbe an deinen Händen hast, musst du mir jetzt Steuern bezahlen. Wäre das eine wunderbare Geschichte, eine reale Geschichte? Kann sich niemand vorstellen, so eine Dummheit, oder? Aber seht ihr, genau um das geht es. Das ist gerade noch klug, was ich hier erzähle. Genau das, was ich jetzt gesagt habe, wird mit der Gentechnik gemacht, darüber redet dieser Film. Und dann musst du einfach mal die Ohren spitzeln, mal zuhören, zusehen, da wird uns Unfassbares gesagt, was Menschen imstande sind zu tun. Und auch das ist wieder nur die Spitze eines Eisberges. Aber ich möchte jetzt die Bühne freimachen für die arme Sau. Schauen wir uns das mal an, was hier getrieben wird. Die armen Schweine sind eigentlich wir, wenn ich das richtig mitbekommen habe jetzt. Also auch hier wieder, man kann nur immer dasselbe sagen, wir brauchen einander, wir brauchen einander, um solchen Konzernen zu widerstehen, um solchen Entwicklungen zu widerstehen. Jetzt möchte ich noch, lese ich das richtig, Gerhard Schröder? Das ist ein interessanter Name. Darf ich dich mal nach oben bitten? Er ist vom Arbeitskreis Ökologie und hat noch 10 Minuten einen Beitrag, eine Kurzpräsentation zu demselben Thema, Arbeitskreis Ökologie und Gentechnik. Er hat sich noch kurzfristig erbeten, diesen Raum zu bekommen. Bitte, Bühne freien. Ich habe versprochen, diese 10 Minuten zu nutzen, um Ihnen im Prinzip eine Gesamtzusammenfassung des Films, den Sie eben gesehen haben, zu geben. Ich persönlich, jetzt kommen hier einige Sachen, habe natürlich durch unsere jetzt siebenjährige Tätigkeit noch viele andere Einsichten, viele andere Filme, Monsanto mit Gift und Genen, der Fall Arbeit Pushtey, Leben außer Kontrolle. Es gibt also ungeheuer viele Dinge. Mein Name ist Gerhard Schröder, Vorsitzender Arbeitskreis Ökologie und Gentechnik. Und aus dem Gesamtvortrag für oder wieder die Gentechnik habe ich so viel zusammengeschnitten, dass Sie am Ende wissen, was ist Gentechnik, was wird gemacht und weshalb ist sie so gefährlich. Die Menschheit lehnt genmanipulierte Nahrung ab. Das ist allgemein 80 Prozent, etwa 70 bis 80 Prozent. Aber die Praxis sieht leider anders aus. Sie haben eben im Film gesehen, diese dunkel eingefärbten, dunkelgrün eingefärbten Gegenden der Welt sind mit Gen-Mais, Gen-Barm-Wolle, Soja, verseucht. Der Anwalt, den Sie eben gesehen haben, André Grimbell, Rechtsanwalt für Lebensmittelkontrolle, sagt dazu, diese Technologie kann neben der Natur nicht existieren. Es ist eine Technologie, die verschmutzt, verdirbt und letztendlich die natürlichen Arten zerstört. Das ist eine Karte aus Deutschland oder von Deutschland, Gen-Mais-Bau 2007. Sie werden sicher gehört haben, dass die Frau Aigner für dieses Jahr MON 810 verboten hat. Ich sage Ihnen aber hier, und das kann, wenn Pressevertreter anwesend sind, nachgewiesen werden. Es ist illegal angebaut worden und ein Bauer hat Saatgut bezogen. Er wollte kein Gen-Saatgut. Dieses Saatgut-Mais ist kontaminiert. Für- und Wieder-Gentechnik. Professor Sedler in einem Interview, das er gegeben hat, Direktor für Züchtungsforschung am Max-Planck-Institut. Aus dem Interview heraus, das zeigt sich am vorhin erwähnten BT-Mais, da diese Sorte den Maiszünsler abwehrt, ist die viel weniger mit Pilzkiften belagert, denn durch die Bisswunden der Raupen dringen immer auch gefährliche Schimmelpilze in die Pflanze ein. Angst mache. Eines dieser Pilzkifte ist das Fomonesin. Es ruft Fehlgeburten und Missbildungen in Kleinkindern hervor. In Entwicklungsländern, wie etwa Guatemala, ist die Fehlgeburtenrate 20 Mal so hoch als in den USA. Und jetzt kommt eine Aussage. Wenn Sie sagen, Mikronährstoffe sind gesund und teilen Krankheiten, werden Sie in Deutschland bestraft. Der Professor darf das sagen. Dort kommen BT-Mais, also segensreich wirken. Solche erheblichen Vorteile gehen den durch veränderter Pflanzen, sind allgemein zu wenig bekannt. Ein anderer Professor sagt das grotesker und etwas deutlicher. Contra. Professor Stephen Block, Professor für Biophysik an der Stanford-Universität. Wir sind geneigt zu sagen, dass niemand bei gesundem Momentenverstand diese Technologie jemals einsetzen wird. Aber nicht jedermann ist bei gesundem Menschenverstand. Es wurde vorhin über Illuminaten gesprochen. Ich möchte hier nichts hinzufügen, da habe ich absolut keine Einsicht. Aber wenn ein ehemaliger Außenminister das sagen darf und dieses Geheimprojekt formuliert hat, NSS M200, dann könnte man sagen, da es in den 70er Jahren gesagt wurde, dass das der Ausgangspunkt auch für die Gentechnik war. Wer das Öl kontrolliert, kontrolliert ein Land. Wer die Lebensmittel kontrolliert, kontrolliert das Volk. William Engdahl sah der Zerstörung, sein Buch, Contra-Gentechnik. Ein sehr gut recherchiertes Buch, kann ich Ihnen nur empfehlen. Die Geschichte der GMO ist im eigentlichen Sinne die Geschichte der Machtkonzentration in den Händen einer Elite, die fest entschlossen ist, die ganze Welt um jeden Preis ihrem Zepter zu unterwerfen. Und das werde ich Ihnen jetzt ganz kurz zeigen und beweisen. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Gentechnologie? Es ist wie überall, alles was heute schon gesagt wurde. Vertuschen, verdrehen, Begriffe gebrauchen, die teilweise positiv besetzt sind. Weiße Gentechnologie, Mensch und Tier, rote Gentechnologie, Pharma, grüne Gentechnologie, Pflanzen. Allgemein benutzt die Begriffe Gentechnologie, genetische Veränderung von Organismen, Biotechnologie, das ist ja wohl das Schlimmste. Ich sage Ihnen die korrekte Bezeichnung, die Sie ab heute benutzen sollten. Genetische Manipulierung von Organismen. Wir zeigen das jetzt kurz. Bei der natürlichen Züchtung wissen wir, Erbsensorte A, Erbsensorte B, es gibt eine neue Erbsensorte. Beim Schwein das Gleiche, hat er eben gesagt, der Bauer. Beim Baum, Baum A, Baum B und in der DDR wurde eine Beere entwickelt, Stachelbeere, Johannisbeere gekreuzt, ergab die Jochelbeere. Eine große Beere ohne Stacheln und schmeckte etwas säuerlich. Was ist die Genmanipulierung dagegen? Hier sieht es ganz anders aus. Bakterium in ein Mais-Gen geschossen, ergibt BD-Mais. Ein Mäuse-Gen in eine Erbse geschossen, ergibt eine Pharma-Erbse. Das sind alles Tatsachen hier. Ein Wachstumshormon eines Menschen, ein Schwein manipuliert, ergibt im Prinzip ein Menschenschwein. Und Cholera-Keime in einer Kartoffel manipuliert, ergibt eine Pharma-Kartoffel. Auch diese Kartoffel soll auf den Markt. Der Schauplatz aller genetischen Veränderungen ist die Zelle. Deshalb diskutieren wir nicht mit Leuten, die uns immer wieder mit Abständen kommen. Diese primitive Strecke gehen wir nicht mehr mit. Zelle A, Zelle B, das in der Mitte ist, die Software, die durch die Evolution über Jahrmillionen entwickelt wurde, durch Versuch-Irrtum-Methode genau eingetaktet ist, zum Beispiel auf uns Menschen. Bei der natürlichen Züchtung ist das relativ einfach. Beide Sorten, Erbsensorte A, Erbsensorte B, werden gefragt. Wenn also der Züchter diese beiden Sorten zusammenbringt oder durch Bestäuben, werden sie immer wieder gefragt, wollt ihr das, die neue Sorte? Wenn ja, kommt diese neue Erbsensorte zum Vorschein. Aber nur dann, wenn eine der beiden, A, B, nicht will, wenn die Pflanze sagt, nein, ich möchte das nicht, kommt keine neue Sorte. Die Genmanipulation von Organismen ist die Vergewaltigung der Nehmerzelle. Und das beweise ich Ihnen jetzt. Wir nehmen noch mal die Maus und die Erbse. Das ist also tatsächlich passiert. Die Geberzelle ist die Maus, die Nehmerzelle ist die Erbse. Hier die Software wieder. Und jetzt passiert Folgendes. Das eben rot eingespielte Flätchen ist das, was die Manipulierer herausgefunden haben. In der Mauszelle. Das isolieren sie und schießen es mit einer Genkanone. Das ist wirklich eine Methode. In die Nehmerzelle der Erbse. In der Annahme, dass es genau da andockt, wo sie vermuten, dass also, wenn das Schwein die Erbse frisst, keinen Durchfall bekommt. Was passiert aber, wenn dieses Gen nicht da andockt? Denn es ist eine Genkanone, wie eine Schrotflinte. Dann entsteht ein vollkommen neues Eiweiß, das es auf dieser Welt noch nicht gegeben hat. Und das wurde im Film von einem Beitrag genau beschrieben, was da passiert. Und genau das ist dem Pushtai basiert. Den Film, Arbit Pushtai, bitte anschauen. Genmanipulier von Organismen dienen in erster Linie der Sicherung von Patenten. Ich zeige Ihnen auch das. Das heißt also, nochmal das Bild, isolieren, in die Erbse schießen, dockt es an der Stelle an, es ist nicht gut gegangen mit der Erbse, davon abgesehen, aber dockt es richtig an, Patent auf die Erbse, erledigt. Eine Pharmaerbse. Und jetzt an dieser Stelle die Aussage. Die Pharmaerbse wurde entwickelt, weil in der EU seit 2007 kein Wachstumsstimulierungsmittel, also sprich Antibiotika mehr gegeben werden darf, den Schweinen. Deshalb muss in der großen Viehhaltung etwas erfunden werden, das war diese Erbse. Und jetzt schauen Sie unten hin. 75.000 Unterschriften hat das Umweltinstitut München e.V. gesammelt. Wir waren dabei. Diese sind in den Papierkorb gewandert. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmissensicherheit in Deutschland hat die Freisetzung der Erbse genehmigt, damals. Der neueste Trick der Genverschwörer ist das, aber ich zeige es Ihnen nochmal, damit es also deutlich wird. Es steht im Moment eine Milchkuh auf der Tagesordnung und man will beim Europäischen Patentamt in München diese Milchkuh, Hochleistungsmilchkuh, genauso patentieren lassen wie hier. Es wird also ein Gen genommen von einer Kuh, Hochleistungskuh, isoliert, benannt, ab zum Patentamt, anmelden, Patentnummer. Und jetzt kommt es, alle Kühe, die dieses Gen tragen, schon immer getragen haben, aber Monsanto oder BASF hat es isoliert, gehören dem Patentinhaber, der angemeldet hat. Und jeder Bauer, der die Kuh besitzt, muss Patentkuhl bezahlen. Eine kleine Handvoll Leute in Magdeburg hat Ende 2006 gesagt, mit uns nicht mehr. Wir machen jetzt eine Unterschriftenaktion in Europa für ein Referendum gentechnikfreies Europa. Wir können grundsätzlich immer für etwas, Sie haben schon gemerkt, wir werden also nicht dagegen kämpfen, sondern für 122.400 Unterschriften aus 13 Ländern und auch aus der Schweiz schicken uns Freunde Unterschriftenlisten. Dankeschön an dieser Stelle. Auch Österreich, wenn ihr österreichische Freunde sind aus Österreich, Schulen, Bioläden, schicken Unterschriften. Wir haben 13 und wir werden alle, nicht nur EU-Länder, europäische Länder, reinkriegen. Das wissen wir. Wir sagen einfach nicht, nein, das ist unmöglich. Wir hören öfter, ach, ihr habt euch übernommen. Nein, haben wir nicht. Wenn wir 120.000 haben, dann kriegen wir auch eine Million. Und ein Prozent im europäischen Rahmen sind vier Millionen Unterschriften. Also brauchen wir auch wieder ein Prozent. Aber wir wollen ja mehr haben. Unser neuer Start erfolgt unter dem Slogan, hier spricht der Souverän. Punkt. Und damit, liebe Freundinnen und Freunde, legen wir einen Grundstein, ein Fundament, ein festes Fundament. Denn wir sammeln die Unterschriften, um eine Legitimation zu bekommen, nicht irgendwo bändeln zu gehen. Bei der EU-Kommission oder so. Legitimation führt das Referendum, weil wir das durchführen werden. Und nicht irgendwer. Und diese Unterschriften wandern nicht in die Mülltonne. Das kann ich euch versprechen. Wir haben, als wir diese Aktion gestartet haben, gesagt, wir bauen an einem neuen Haus. Grundlage ist eine Allianz der Nationen. Mit dieser großen Sache Unterschriftenaktion beginnen wir. Wir errichten ein wunderbares Haus. Und auf dieses Haus wird ewig die Sonne scheinen. Die drei Pfeiler. Moral und Ethik. Wir wissen, dass sie unter die Räder gekommen ist. Nicht bei den Menschen. Das haben wir heute erfahren. Ökologie und Ökonomie. Das sind die drei Säulen. Entschuldigung. Ja, und unsere drei Maskottchen, die wir hier haben. Eine Kartoffel, eine wunderschöne Tomate und ein Bündel. Laden Sie recht herzlich ein, bei dieser Aktion mitzumachen. Steigen Sie ein in das Boot, das in die Richtung fährt, die wir bestimmen. Denn wir sitzen am Ruder. Danke schön. Vielen Dank. Unter wir meine ich uns alle. Nicht ich. Also nicht der Arbeitskreis. Uns alle. Dankeschön. Habt ihr hinten auch was ausliegen, dass man mitnehmen kann? Einen Zettel oder sowas? Oder musste man jetzt in der kurzen Zeit die Adresse schreiben? Ja. Also wir haben ja hinten einen kleinen Stand. Da haben wir noch Unterschriftenlisten. Die kann man mitnehmen. Oder E-Mail zu uns schicken oder Fax und bitten, schickt uns die Listen. Wir schicken dann per E-Mail auch ein wunderbares Dokument auf, das wir uns stützen. Das ist ein Plädoyer für eine gentechnisch freie, zukunftsfähige Welt, 2002 in London vorgestellt, von 16 unabhängigen Wissenschaftlern arbeitet. Da ist alles drin. Da sind Sie ganz auf der sicheren Seite. Da kann sich niemand mehr umkippen. Da ist nämlich alles genau detailliert beschrieben, was passiert. Und die Zukunft. Vielen Dank. Plädoyer für eine gentechnisch freie, zukunftsfähige Welt. Kann man auch bei uns über E-Mail allerdings anfordern, drucken. Kapazität haben wir nicht. 130 Seiten. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.